Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe mir heute Verstärkung vom Dölit gesucht, weil heute wird es den zweiten Part der Tabageraten Challenge geben. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass wir den ersten Teil davon gemacht haben. Ihr wolltet unbedingt noch einen zweiten sehen, deswegen heute Part 2 Tabageraten Challenge. Hallöchen liebe Shisha Freunde und zwar wird die Tabakeraten Challenge so ablaufen, jeder baut einen Kopf abwechselnd, drei Sorten heißt drei Tabakmarken, man kann natürlich auch dreimal die gleiche genommen haben, aber drei verschiedene Tabaksorten, wir müssen Tabakmarke mit Sorte erraten, wir bauen abwechselnd im Oblarko M mit Smokebox, wir haben auch beide oder bauen beide im gleichen Kopf, beide mit Smokebox und ich würde sagen, du brauchst mal, ne ich baue mal dein Köpfchen als erstes und dann packen wir den mal da drauf. Dann gehe ich jetzt erstmal raus und du fängst an. Genau, du darfst dich draußen im Garten verstecken und ich baue dein Köpfchen. Dann gehe ich jetzt raus. So Jungs, dann kommen wir mal zu meinem Kopfbau, ich habe mir ein bisschen was Fieses überlegt. Also erstmal wäre es wirklich mein Kopfbau, wenn da nicht der Black Nana mit dabei wäre, deswegen schnappen wir uns hier erstmal die gute Kilo Dose vom Black Nana. Ich hoffe, der Dölit hat auch jeweils ein Drittel genommen, aber ich schätze mal schon, das hätten wir vielleicht vorher klären sollen. Ja, also, ein Drittel Black Nana. So, das ist schon fast ein Drittel, oder? Aber noch ein ganz kleines bisschen hier mit dazu. So, also ein Drittel Black Nana nehmen wir. Dann als nächstes diesen Tabakier, den Kui Smooth von Must Have. Ich weiß, dass der David sehr, sehr gerne Must Have raucht. Eigentlich eher den Pinkman, soweit ich weiß. Wie er den Kiwi findet, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber ich schätze mal, er wird ihn probiert haben, wenn er den Pinkman so feiert. So, das war jetzt ein bisschen viel. Noch ein Stück raus hier, so. Und dann als letztes noch, und das ist jetzt relativ fies, muss ich sagen, den Winter Edition von Holster. Das ist wirklich ein ganz, ganz fieser Move jetzt. Aber ich bin gespannt, ob er das rausschmeckt. Das ist ja schon relativ besonders dann. So, machen wir noch hier ein gutes Drittel vom Winter Edition rein. Und dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen verteilen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er bei dieser Kombi, also ich meine, der Kopf wird wahrscheinlich nicht lecker schmecken, aber darum geht es ja auch nicht. Er soll ja nur gucken, ob er die drei Sorten rausfindet. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Kombi von Traubeminze, Kiwi, Apfel und dann noch dem Butter Keks Winter Edition, ob man das rausschmecken kann. Aber so, das wäre jetzt mein Kopf. So, Leute, Köpfchen für Dölit ist gebaut. Wir packen das Ganze hier mal auf die Smoke Labs. Dann holen wir den Dölit wieder rein und auch die Kohle. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was er da rausschmecken kann. So, Leute, wir packen mal die Kohle ins Köpfchen. Ich würde sagen, wir machen erst mal zwei und eine auf Kipp, bis das Ganze angeraucht ist. Und dann gucken wir mal. So, Leute, und als kleinen Anreiz, hier gewinnen zu wollen, es ist keine Riesenbestrafung, aber es ist schon was Ekelhaftes. Es ist schon eklig. Der Verlierer darf einmal schön mit dem Finger tief in den Pharma eintauchen und dann einmal richtig schön Pharma-Molasse schlecken. Ist eine Kleinigkeit, aber macht es für uns auf jeden Fall ein bisschen spannender, würde ich sagen. Ja. Oder willst du einfach Pharma rauchen? Das, nee, das wäre immer... Nee. Ich habe eben tatsächlich... Ablenk ist schon ekliger. Ich habe eben tatsächlich noch überlegt, ob ich den Pharma mit in dieses Köpfchen packen soll. Ja. Und dann dachte ich mir aber so... Ja, der ist zu einfach, der Pappen. Nee, das ist zu einfach, genau. So, das wäre... Den würdest du easy, safe errauchen. Krass wäre aber, wenn ich ihn nicht rausschmecken würde. Das wäre heftig. Das wäre heftig, stimmt. Aber sind wir mal ehrlich, so Pharma... Den würde man safe errausschmecken. Man kann ihn halt rauchen, ne? Ist nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Ich finde sogar den Geruch ekelhafter als den Geschmack. Ja, ist echt so. Deswegen sage ich jetzt, dieses Ablecken schon eine größere Bestrafung, als das zu rauchen. Ja. So, deine Kohlen sind ein paar Minuten drauf. Möchtest du den ersten Zug nehmen? Wie viele Züge dürfen wir denn nehmen? Wollen wir eine Zuglimitierung machen? Also wir gucken erst mal, wie es raucht so. Ja, genau. Also wenn du jetzt ziehst und... Oder willst du anrauchen? Stimmt, das wäre fairer. Ich brauche ja kein Mundstück, das ist ja mein Mundstück, Mundstück. Und dann bustest du einfach in die andere Richtung. Obwohl, der raucht schon gut. Ich nehme trotzdem immer noch einen Zug. Das ist jetzt für mich, wo ich weiß, was drin ist. Jetzt zu gucken, ob ich was rausschmecke, ist halt auch schon interessant. Hast du eine Kombi genommen, die du so auch rauchen würdest? Oder hast du auch einfach nur... Ich habe wild gewusst. Okay, ich auch. Aber an ist er. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, ey. Ich habe euch gar keine Ahnung, was sein könnte. Also ich schmecke ganz andere Sachen raus, als ich erwartet hätte. Okay. Ich bin sehr schön. Wollen wir eine Zuglimitierung machen? Sollen wir 10 Züge? Ja, 10 hätte ich auch schon. 10 Züge. Ich finde 5 wäre zu wenig, aber 10 wäre okay. Okay, dann Zug Nummer 1. Winter Edition Holzer ist drin. Das ist richtig. Ich dachte mir schon, dass der zu einleitig ist. Aber das Problem ist, du schmeckst fast nur den, ne? Den zweiten weiß ich aber, glaube ich, auch. Ja? Aber da ist es wirklich schwierig. Habe ich einen? Also wollen wir so machen, einen darf ich falsch haben von den dreien. Also ich darf vier Sachen in dem Sinne nennen. Einer darf davon falsch sein. Ja, okay. Sollen wir vier Tipps hat man. Das ist gut. Das zweite weiß ich auch, aber ich weiß nicht, welchen du von den beiden genommen hast. Entweder, ich lege mir jetzt auf einmal einen fest, das ist Nameless Black Nana. Das ist auch richtig. Fuck. Weil da wollte ich nämlich sagen, ich will keine Pharma Molasse schlecken. Das Problem ist, ich hätte nämlich gedacht, du hast jetzt den Holzer genommen. Deswegen kam mir die Idee mit dem... Ich habe, Holzer habe ich tatsächlich gar nicht mehr da, der ist leer. Aber ich habe noch kurz überlegt, ob ich den Aquamenta Black & White nehme. Aber da dachte ich mir, den schmeckt so zu safe raus. Ja. Ich muss dir aber sagen, ich schmecke nichts Drittes. Ich finde, man schmeckt. Echt? Ich finde, man schmeckt. Also es ist eigentlich nur Holzer Winter Edition, so 90% und eine ganz kleine Traube ist es. Also Winter Edition auf jeden Fall am krassesten am Start. Black Nana, muss ich sagen, obwohl ich Traubeminze so liebe, finde ich, der geht krass unter. Also hätte ich eben ehrlich gesagt gedacht, dass du den nicht rausschmecken wirst. Ja, der Zementolnote geht komplett runter. Ja. Ja gut, cancel sich so ein bisschen mit dem Creming wahrscheinlich vom Winter Edition, ne? Ja, ich müsste jetzt, weil ich glaube, ich war beim Zug Nummer 8 oder so oder wahrscheinlich 9. Also ich nehme noch einen und dann, dann ist es echt hart. Dann habe ich ja vielleicht noch eine Chance. Also dass ich 3er rate, uff, ich glaube nicht. Also ich muss jetzt, also ich muss 2er noch raten einfach. Also ich, ach, das ist die Mentolnote vom Dings. Ach, das ist richtig schwierig. Also ich würde jetzt einfach mal irgendeinen raten, der da stand. Oder der da stehen könnte. Ich würde jetzt einfach sagen, ähm, also Aquamenta Kamasuta hast du nicht drin. Also das ist jetzt auch, der zählt nicht. Der hast du nicht drin. Ist das ein Tipp von dir? Ja, ist ein Tipp von mir. Ja, ne, der ist nicht drin. Okay, das hätte ich nämlich gedacht, weil wir gestern drüber geredet haben, dass ich den nicht so geil finde. Deswegen habe ich ihn nicht genommen, weil du ja genau weißt, dass da so eine Note drin ist, die dich stört. Und dann dachte ich, wenn du jetzt diese Note rausschmeckst. Das hätte jetzt sein können, dass ich die vielleicht nicht rausschmecke. Ansonsten würde ich einfach noch sagen, also ich hau es einfach raus, must have Pinkman. Knappe Sache. Hersteller war richtig, aber es ist nicht der Pinkman, sondern der Kiwi Smoothie. Krass. Ja. Darf ich nochmal einen Zug nehmen? Ja, ja, probier. Ich finde, du merkst so, nicht am Anfang vom Ausatmen, aber so, auch nicht ganz im Nachhinein, sondern so mittendrin, merkt man so diese typische Kiwi Smoothie Note. Ja, jetzt schmecke ich es so raus. Ja, ne? Ganz leicht, ganz ganz leicht. Aber die ist wirklich sehr dezent. Obwohl ich am Anfang sogar fast zu viel must have genommen hatte, hatte ich so das Gefühl. Ja, Leute, aber krass, zwei von drei. Ich muss sagen, die Winteredition, das ist schon... Das war scheiße, das war richtig dumm von mir. Das war wirklich dumm, da hätte ich was anderes nehmen sollen. Aber zwei von drei ist schon echt gut. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, einen werde ich safe erraten. Ja, einen wirst du 100% erraten. Ja? Ja. Oh, Junge, jetzt bin ich ja voll unter Druck. Scheiße. Oh Gott, ich will keine Pharma-Molasse. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich raus. Du machst mir dein Köpfchen drauf. Hast du ja eben auch schon mitgebaut. Und dann gucke ich mal, was ich so errate. Ich denke mal, es wird was. Oh, Junge. Ich denke mal, du wirst was packen. Also Leute, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin jetzt mit dem Kopfball als erstes dran und ich hatte mir gedacht, wir werden jetzt einfach mal den Darkside Wildberry nehmen. Er muss es ja erraten. Dann werden wir den Aquamenta Lemonbrine nehmen. Das ist so Zitrone-Hinbeer-Brause so. Und, weil es ein bisschen fies ist, den Two-Passion-Vampire-Nights, der ist auch so ein bisschen Zitrus-lastig, werden anfangen mit dem Vampire-Nights mal zu bauen. Den Wildberry nehme ich einfach dazu, weil, ja, da habe ich nochmal ein bisschen was anderes genommen. Ich werde das so ungefähr gedrittelt aufteilen, dass ungefähr so von jedem ein Drittel drin ist. Obwohl, ich glaube, den Wildberry mache ich vielleicht sogar ein bisschen weniger rein. Einfach, weil der so ein bisschen, ja, der könnte schon untergehen an dieser Stelle, wenn man halt den drin hat, ja. Also der kann manchmal ein bisschen untergehen, wenn man da was anderes baut. So, den Vampire-Nights-Teil habe ich fertig. Dann würde ich sagen, nehme ich den Lemonbrine. Äh, ne, genau, den Lemonbrine, den Aqualemonbrine von Aquamenta. Sieht man auch hier schön farblicher Unterschied, von wie viel Teil drin ist. Gehe ich mal von aus. Vom Geruchlichen ist jetzt schon, wo ich sage, pff, könnte man schon raus erraten. Ich weiß halt gar nicht, wie oft der wirklich Lemonbrine geraucht hat. Das ist das Gute, das, was er da hat, weiß er auch nicht, was ich genau kenne. Und, äh, was ich schon mal hatte, weil alles, was ich rauche, zeige ich ja nun mal nicht. Äh, weiß ich, bei Instagram oder so. Also, deswegen ist es für ihn auch schwer. So. Jetzt haben wir das so ungefähr angepasst. Vielleicht noch ein bisschen auf die Seite. Ich werde das jetzt nicht mischen, ich mache das einfach so. Kann man jetzt halt so und so sehen. Wenn man mischt, wäre wahrscheinlich viel angenehmer. Aber ich denke mal, so ist besser, weil du kann das halt nicht direkt erraten. Ich sage mal, wenn man das mischt, unten ist wahrscheinlich hier eher der feuchte Teil, wäre es für ihn ein bisschen schwieriger an der Stelle. Weil es kann natürlich sein, dass der Lembra jetzt mehr rauskommt, weil halt die nicht gemischt sind. Dass halt wirklich nur so ein Teil ist. Und das ist halt der eine Teil, was ich vom Lembrae heißer geraucht würde, oder die Stelle gerade heißer ist, als die Stelle jetzt hier vom Wildberry. Und deshalb wird das vielleicht für ihn ein bisschen schwieriger. So. Ich würde sagen, so sieht man das auch perfekt. Ich kann mir das mal kurz checken. Ja. Also hier haben wir den Wildberry, hier haben wir den Aquamenta Lemonbride und den Vampire Nights von Two Passion. Ich kann auf jeden Fall sagen, Fun Fact, er hat gestern erst den Two Passion geraucht, aber auch gemischt. Das heißt, es könnte doch auf der einen Seite vielleicht ein bisschen einfacher werden, vielleicht auf der einen Seite ein bisschen schwieriger. Ich drücke es mir nicht mal an. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das vom Kopf vor. Jetzt werde ich ihn gleich reinholen. Und dann darf er das Ganze auch in die Smokebox drüber, dass er nicht sieht, was gebaut wurde. Ich werde das hier auch noch mal ringsherum abwischen kurz. Und dann holen wir ihn mal rein. So. Nächstes Köpfchen. Jetzt darf ich. Ja, jetzt bist du dran. Ich bin gespannt. Ich bin ultra gespannt, was du gebaut hast und ob ich da was rausschmecke. Ja. Also ich bin selber gespannt. Kombi habe ich halt selber noch nie so geraucht. Deswegen bin ich auch gespannt, ob du das vielleicht. Ich bin selber gespannt, wie meiner gleich schmeckt beim Anziehen. Wisst ihr, was auch ein echt spannender Aspekt ist? Ich habe meinen Kopf ja so gebaut, wie ich immer bauen würde. Ja. Und du deinen, wie du immer baust. Stimmt, das ist ja auch noch. Das heißt, ich rauche ja meistens auf relativ viel Kontakt. Ja, und bei mir halt meistens nur so eine Noppen, so leicht. Genau. Und bei mir ist mindestens Noppen, meistens aber eher Vollkontakt. Ja. Und dadurch schmeckt Tabak ja auch anders. Ja, richtig. Das ist auch noch so ein Aspekt. Oh Gott, ich habe einfach, ich habe absolut keinen Bock hier, Pharma-Molassen siffeln zu müssen. Genau. Ich bin... Rauche mal andere, Kollege. Und dann, oh Junge. Ich bin so gespannt, ob ich irgendwas rausschmecke. Lass uns mal überraschen. Also ich würde sagen, ja, eigentlich zwei würdest du auch packen. Bin da relativ zuversichtlich. Es wird wahrscheinlich stechen werden. Ja, ja, schön wegpusten. Ich muss sagen, alles, was ich rieche, ist dein Deo. Ist auf jeden Fall voller. An ist ja noch nicht komplett. Na, dann warten wir noch ein paar Minuten. Muss ja schon an sein. Wenn ich nur zehn Züge habe, muss das Ding auch laufen. Das glaube ich. Aber so vom Geruch im Raum... Also ich rieche hart im Winter die Zunge, aber ich habe halt meinen Geschmack komplett im Mund. Ja, ich nicht. Leider, ne? Also da hättest du jetzt schon eine Vorordnung. Angeraucht ist er. Ich wünsche viel Spaß. Das für mich auch so ein Rolf-Züge nehmen. Ein mehr, weil er halt noch nicht so krass raucht. Und weil ich krass unter Druck setze, so weil du zwei von drei erraten hast. Das wäre ein bisschen blöd, ne? So, die Mundstück-Mumolasse, Mundstück-Siff abwischen. Also ich würde sagen, meine Vorordnung zwei würdest du auch schaffen. Das wird ein Stechen werden. Was machen wir beim Stechen? Dann spielen wir Schnick-Schnuck-Schnuck, um die... Nur bis eins? Nur bis eins. Ernsthaft? Also bis jetzt bin ich lost. Boah, das ist hart. Also ich muss sagen, einen, da frage ich mich auf, wo der hin ist. Also bei einem habe ich eine Idee. Und ich glaube, der ist es. Aber der ist so krass im Hintergrund. Und ich würde eigentlich erwarten, dass der bei einem Drittel, also du hast ja auch 33% dreimal gemacht. Ja genau, also können auch vielleicht sein, dass es 30% oder 25% der eine sind. Aber bei dem... Ich wäre mir eigentlich so sicher, dass der das ist, aber ich würde eigentlich die Hand für ins Feuer legen, dass der viel, viel intensiver sein muss, wenn man davon ein Drittel in den Kopf macht. Okay. Also es kann sogar sein, dass das genau der ist, den ich nicht rausschmecke. Gerade selber. Also die schmecken sie sehr, sehr gering. Dann hau doch mal einen Tipp raus. Also Tipp 1, Vampire Nights. Ja, das ist richtig. War das der, wo du... Von True Passion. Ja, ja. Sorry. Der ist drin. Und ist das der, wo du gesagt hättest, den schmeckst du nicht? Nein, ist es nicht. Okay. Den habe ich sogar ein bisschen rausgeschmeckt. Aber ich muss bei dem sagen, normal, wenn ich mir irgendwie einen Kopf Tickle-Tangle anmache und so 10, 20% von dem Vampire Nights dazu packe, habe ich immer das Gefühl, ich habe es 50-50 geraucht. Und jetzt würde ich sogar sagen, das sind so 10, 20%, die so irgendwo im Hintergrund dann mitkommen. Ja, aber es ist eher so 40, 40, 20, so ungefähr so. Also ist auch echt hart, was manche für Geschmäcker haben. Also klar, ich weiß, was drin ist. Ja, das... Das muss man halt sagen, deswegen schmecke ich halt was näher raus. Nee, aber ich erinnere mich eben noch an deinen ersten Zug, so du ziehst und direkt, ja, Winterdischen. Ich meine, okay, klar, der ist super eindeutig. Ja. Aber das war ja so, Winterdischen. So instant, so der letzte Rauch war nicht mehr aus deinem Mund. Also ich habe das Gefühl, ich erkenne eine Note. Aber ich kann die Note gerade noch nicht zuordnen. Aber ich habe ja noch ein paar Züge. Ja, du hast ja noch ein paar. Du hast ja auch noch einen Bonustipp in dem Sinne, er hat ja auch vier Tipps. Also jetzt hat er in dem Sinne noch drei für zwei. Also ohne jetzt den finalen Tipp abzugeben, ich glaube, es ist noch ein Aquamenta drin. Du musst noch nichts zu sagen. Es ist nur so, sage ich euch mal so, im Vertrauen, Jungs. Ich glaube, es ist noch ein Aquamenta drin. Aber ich weiß nicht genau, welcher. Was habe ich denn da? Lemonberry habe ich da? Der könnte es sein. Es ist so eine Citrusnote, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob die von dem Vampire Knights kommt. Den Karma Sutra habe ich, glaube ich, noch drüben. Aber bei dem, weiß ich nicht, ob das der ist. So Zug sieben? Ich glaube, sechs war das jetzt oder sieben. Wenn ich, dann nimm einfach nur drei Züge oder vier und dann... Ja. Oh, fuck. Aber ohne Scheiß, also auf dem Aquamenta bin ich jetzt drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Aquamenta ist. Es würde mich krass überraschen, wenn es keiner wäre. Okay. Okay. Fuck. Aber die dritte Sorte, Tega. Das dachte ich mir auch beim Ziehen. Absolut lost. Keine Ahnung. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch eine Chance auszugleichen. Ja, oder? Raten dann halt. Ja, okay, aber... Ja. Ob das was wird? So, Zug acht. Hau doch mal einfach einen Tipp raus. Einfach so, du hast ja noch drei für zwei. Aquamenta Limberry. Ist richtig. Mashallah. Uff, okay, okay. Dem, muss ich sagen, schmecke ich am meisten da raus bei dem Kopf. Ja, jetzt, wo ich weiß, dass das ist und wo ich mich so langsam hingearbeitet habe, macht Sinn in meinem Kopf. So, aber bei den ersten paar Mal ziehen, lost. Komplett lost. Ich habe den direkt am Anfang geschmeckt, beim ersten Zug sogar. Ja, als ich ihn angeraucht habe. Es ist eh... Ich habe dir nämlich eine kleine Falle gestellt, weil der Vampire Nights ist ja auch so Citrus. Ja, ja, genau. Das habe ich ja eben auch. Ich bin auch voll drauf reingefallen. Ich schon so, fuck, die Citrusnote, die könnte aber von da kommen. Ist es jetzt noch der Limberry? Jungs, ich habe die Chance noch zwei Züge. Okay, genau, zwei Züge und zwei Tipps hast du halt in dem Sinne noch. Zwei Züge und zwei Tipps, um Dölit zu zerstören. Mit Alwacher Pharma. Mhm. So, vorletzer Zug. Oh, fuck, okay. Vampire Nights und Lemonberry. Was ist die letzte Note hier? Keine Ahnung. Also, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen will zu raten. Weil wenn ich versuche, mir die Vampire Nights Note vorzustellen und die Lemonberry Note vorzustellen und die beiden davon abzuziehen, da bleibt für mich gerade Luft. Nichts. 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 Ich will keinen Tipp gewonnen. Ich will keinen Tipp. Okay, absolut keinen Tipp. Entweder ich komme jetzt drauf oder es ist halt Gleichstand. Also, es ist schon mal, ne? Wir haben beide zwei von drei Sorten erraten, das ist schon ziemlich gut. Hau doch mal, du hast ja noch zwei, hau doch mal irgendwie einen raus einfach. Black Nana. Ne. Ne. Den habe ich nämlich nicht genommen, weil das wäre für dich, den riechst du ja. In Kilometer Entfernung. Kiwi Smoothie. Ne. Und was war's? Das wäre mein Tipp gewesen, es ist nämlich auch witzigerweise auch nur ein dunkler drin. Es ist Darkside Whiteberry. What? Wo ja, wo, ne? Lass mich nochmal probieren. Gucken, ob ich den jetzt raus schmecke. Ich schmecke den immer raus. Whiteberry? Ja. Das ist aber auch leider das, was am wenigsten drin ist. Jetzt, wo du es sagst. Ich schmecke den nicht raus. Nicht den Whiteberry an sich, aber die Grundnote von Darkside. Jetzt, wo du es sagst, ist so Schalter umgelegt und ja, klar. Okay, dann wäre es vielleicht so ganz einfach gewesen. Ich hätte mich wirklich gesagt, ich habe nämlich auch zwei Helle, einen dunklen gebaut. Also, hättest du gesagt, du hast den dunklen mit rein, ich hätte es safe erraten. Krass. Also, okay, stopp. Du hättest schon den Hersteller erraten, so wie ich. Genau, ich hätte safe Darkside sagen können. Ich weiß nicht, ob ich auf Whiteberry gekommen wäre. Aber krass. Das heißt, wir müssen jetzt schnick, schnack, schnuck spielen. Ich hatte ja so eigentlich den Hersteller, aber nein. Ey, jetzt kommen wir nicht so. Wir haben gesagt, Punkt kriegt man für Hersteller und Sorte. Also, den Schlauch weg. Aber der Kopf schmeckt eigentlich gut. Kann man rauchen. Okay, Schere, Stein, Papier, nur bis eins. Okay. Sudden Death. Okay. Ich bin... Bist du ready? Ja. Schnick, schnack, schnuck. Fuck. Direkt im ersten Moment. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen. Du darfst mit Nachspielen machen. Aber so ablecken, sondern schon so zwei Sekunden halten und dann darfst du nachspielen. Okay, Leute. Lass es dir schmecken. Die Coke? Ja, die Coke auch. Die Coke. Also, ich mach den jetzt auf. Mhm. Und dann lecke ich an der Molasse. Ja. Also, wenn da ein Tabakblatt ist, das darfst du runterfummeln. Das wollen wir dir jetzt nicht antun. Ist der denn auch schön feucht? Ja, das geht. Okay. Allein der Geruch im Raum. Okay, also die Tabakblättchen fummel ich ab, ja? Ja, so ist schon okay. Also, der ist schon feucht, so. Kannst du es nicht? Das ist so eine Blockade, so. Aber mein ganzer Körper sagt mir so, Digger, mach das nicht. Bist du dumm? Ja. Boah, Leute, was tun wir hier? Man sieht ja trotzdem noch, dass er feucht ist, Alter. Also, keine Ahnung, ob ihr es von da hinten sehen könnt, aber wir riechen es auf jeden Fall. Ja. Oh, fuck. Nimm die Coke doch schon in der Hand. Nein! Ist okay. Vor allem das Witzige, wenn es noch der schöne Geschmack im Mund bleibt. Er bleibt. Er bleibt. Aber jetzt den Mann durchgestanden. Ja, Dödet, das war schrecklich, mit dir Videos zu machen. Ja, müssen wir nicht nochmal machen. Den Part save nicht. Ich mach den jetzt auch zu und der kommt wieder raus aufs Fensterbrett. Der steht nämlich nicht mal in der Wohnung. Ja. Ja, Leute, das war unsere Tabakeraten-Challenge. Die drei Zuschauer, die Dödet noch nicht kennen, Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Bei Dödet gibt es nämlich auch noch ein Video mit uns beiden. Ja. Also gerne mal da vorbeischauen. Beim Dödet ein Abo da lassen. Bei mir gerne noch ein Abo da lassen. Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Video-Vorschläge habt, die wir vielleicht in Zukunft irgendwann mal machen sollen, sehr, sehr gerne auch unten in die Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich nicht am Pfarrer gestorben bin. Bis dahin. Macht's gut. Eure Shisha-WG und euer Dödet. Haut rein. Eure Shisha-WG und euer Dödet.